In der Kunst bleibt ein Stil so lange lebendig, wie genügend Künstler leben, die daran interessiert sind und begeistert ihre Werke schaffen. Es ist unser Anderssein, das uns am Leben erhält. Ich bin ein Tänzer der Menschen. Ich bin ein Tänzer der Menschen. Mary Wigman war Tänzerin und Choreografin, aber sie tanzte auf eine Weise, wie man sie vorher nicht gekannt hatte, auch nicht in Amerika. Dezember 1929. Mary Wigman kommt mit dem Schiff aus Deutschland. Es hieß, ihre Vorstellungen waren bereits ausverkauft, noch bevor sie Deutschland überhaupt verlassen hatte. Niemand hatte zuvor in New York etwas vom New German Dance gehört. Dass Mary Wigmans Auftritt in der Nähe des Broadway später die amerikanische Tanzwelt verändern wird, ahnte damals noch niemand. Keine andere Deutsche kam in dieses Land und hinterließ einen solch tiefen Eindruck und beeinflusste so viele nach ihr wie Mary Wigman. Es schien, als ob alle Journalisten des Landes auf mich einstürmen würden. Es gab Tage, an denen ich aufwachte und fürchtete, einen Fotografen unter meinem Bett zu finden. Unversehens findet sie sich in der Show- und Glitzerwelt Amerikas wieder. Die Hollywood-Stars wollen mit ihr aufs Foto. Auch ihr Landsmann Albert Einstein lässt es sich nicht entgehen, sie auf der Bühne zu sehen. Er bekennt, ich bin beeindruckt, aber völlig ahnungslos. Ich hatte wie so eine wilde Frau im Kopf. Also nicht so was Feines oder auch nicht wirklich was Elegantes, sondern eine Frau mit einfach sehr viel Kraft. Ich denke, Wigman tanzte aus ihrer Seele heraus. Sie wollte nicht nur aus dem Tanz selbst schöpfen, sondern erforschen, was der menschliche Geist überhaupt ausdrücken kann. Die Carnegie Hall. Wer es hier schafft, schafft es in ganz Amerika. Am Abend steht Mary Wigman auf der Bühne. Angekündigt ist sie als die hohe Priesterin des Tanzes. Ganz allein, nur zum Rhythmus einer Trommel, soll sie sich dem amerikanischen Publikum stellen. Ihr Lieblingsgeschichte war immer das große Lampenfieber, was sie hatte. Und dass sie dann hinter dem Vorhang stand, geschlossen im Vorhang, und dann so gezittert hat. Und jetzt einfach wusste, entweder geht es aufwärts oder runter. Also es gibt keinen Mittelweg. Wenn sich der Vorhang hob und diese Frau nur da stand, ging eine Spannung in den Raum hinaus. Und sobald die Bewegungen anfingen, war das Publikum in Bann gezogen. Die Tochter eines Fahrradhändlers aus Hannover betritt die Bühne. Allein, barfuß und nur auf die Kraft ihres Ausdrucks vertrauend, erobert sie die Carnegie Hall. Und von hier aus ganz Amerika. Musik Man braucht keinen leichten Körper, keine zarten Füße. Kein schmiegsames Rückgrat für den modernen Tanz. Anstatt nach einem Schema zu tanzen, reisen wir durch Reiche des Tanzes mit unserem eigenen Körper. Etwas, das so nur in Deutschland entstehen konnte, hat in Amerika durchschlagenden Erfolg. Die Public Library in New York. Hier findet man auch heute noch die Spuren, die Mary Wickmann hinterlassen hat. Im Archiv hat sie einen festen Platz als Pionierin des modernen Tanzes. Die Dokumente belegen Wickmanns einzigartigen Einfluss auf die Entwicklung des modernen Tanzes. Wickmann hat dem Tanz eine moderne Ästhetik gegeben. Ihre Auftritte sorgten für große Aufregung in den USA. Ja. 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 Ja.